Ja, moin moin liebe Leute, hier ist wieder Dietmar von Tariftipp.de und ich habe von Google ein Testgerät bekommen und zwar das neue Google Pixel 3a, also nicht das XL, sondern die kleine Variante mit einem 5,6 Zoll Bildschirm. Und ja, ich teste dieses Smartphone gerade auf Herz und Nieren und vorab stelle ich wie immer kurz ein Videoclip online, das ich mit der Hauptkamera des Pixel 3a drehe und zwar in der maximalen Auflösung. Die beträgt hier bei diesem Smartphone 4K mit 30 Bildern pro Sekunde. Es gibt sogar hier einen optischen Bildstabilisator und einen elektronischen Bildstabilisator. Also diese Kamera ist total cool ausgestattet, muss ich sagen. Ist auch kein Wunder, ist im Übrigen die gleiche Kamera, wirklich absolut die gleiche Kamera, die auch in den größeren Pixel 3 Modellen zum Einfluss kommt. Also in Sachen Kamera seid ihr auch mit dem Pixel 3a hier richtig gut bedient. Ja, wie gesagt, teste ich gerade dieses Smartphone und ich denke mal, morgen dürfte dann auch der komplette Test vom 3a online gehen. Heute ist das ein bisschen windig, insofern, wenn das jetzt ein bisschen raschelt, so bei der Audiospur, dann wundert euch nicht, dass dich nicht am Handy, sondern hier an diesem Orkan. Also vielleicht sehen wir uns ja morgen wieder, bis dann, tschüss.